Das Gebet. Das Gebet ist das A und O im Islam. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte wirklich, dass alle heute, die hier sind, dass keiner hier rausgeht, ohne anzufangen, fünfmal am Tag zu beten. Denn nicht zu beten ist einer der schlimmsten Sünden überhaupt. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ob derjenige, der nicht betet, irgendwann überhaupt mal aus der Hölle rauskommt. Manche sagen, der kommt mal irgendwann aus der Hölle raus. Manche sagen, der kommt nie aus der Hölle raus. Du willst das Risiko eingehen. Das heißt, fünfmal am Tag beten ist ganz wichtig. Wenn du jetzt anfängst zu beten, du wirst am Anfang, weil man muss sich daran gewöhnen, du wirst am Anfang mal ein Gebet verpassen, hin und her, dann betest du nach. Weil so ist der Anfang. Am Anfang ist man schwach. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, fängst du an zu trainieren, am Anfang schaffst du auch keine 20 Kilo Bankdruck oder so. Ja, das fand ich vielleicht schon, aber ja, am Anfang bist du halt schwach. Hast du voll den Muskelkater. Voll. Wie sagen die Marokkaner, so voll so, ne? Voll. Oder ist das ein schlimmes Zeichen? Nö, ist nicht schlimm, oder? Ist kein schlechtes Zeichen oder so, ne? Nee, nee, ist nicht schlimm. Aber manchmal vertut man sich, macht manchmal irgendwelche Sachen und die sind auf einmal voll. Hashuma, weißt du, weil wir total daneben. Und nur, weil das eine andere Gegend ist. Und so, macht der Bruder, mach gleich. Oder hat das was damit zu tun jetzt? Ja, mit Beten, ja. Ja, ich erkläre erstmal. Dann kannst du immer noch was sagen. Und hier ist die Sache, man muss anfangen. Man muss sich selber kontrollieren. Du schaffst es vielleicht heute nicht, aber morgen oder übermorgen hast du diese Routine und hältst es durch. Schwach. Deswegen gib nicht auf. Wenn du nicht beten kannst, wir bringen dir heute das Gebet bei. Ohne Quatsch. Wir lassen uns nachher Zeit, also wenn die uns noch Zeit geben nach den Fragen, und ich bringe dir das Gebet bei. Ich glaube es mir. Inschadbar. Ohne Rückschicht auf Verluste. Ansonsten, falls die Zeit abläuft in der Moschee, machen wir es draußen auf der Straße. Da kommen die vorbei und sagen, geht denn hier ab? Wie sind die denn drauf? Dann sage ich denen, kennen sie mich doch nicht. Auf jeden Fall. Das ist eine große Sünde. Und es gibt keine Ausrede dafür. Manche sagen, ja, guck mal, ich kann doch nicht beten und gleichzeitig schlechte Sachen machen. Besser, du machst eine schlechte Sache, als dass du zwei machst. Nicht zu beten ist schlimmer, als ins Bordell zu gehen. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, sagst du jetzt, ja, okay, ich kiffe, dann kann ich ja auch jetzt noch Kokain nehmen, oder wie? Das ist totaler Quatsch. Das werden ja nur immer mehr Sünde. Ja, und manche sagen, ja, wegen der Arbeit. Mashallah, arbeitest du 24 Stunden am Tag, oder wie? Habe ich noch nie gesehen. Das ist immer ein fleißiges Kerlchen, wa? Ja, das heißt, es gibt keine Ausrede. Ich möchte nicht, dass irgendjemand hier ist, der heute hier rausgeht, ohne sich vorzunehmen, die fünf Gebete am Tag durchzuhalten. Falls einer es nicht vorhat, der soll mir bitte Bescheid sagen. Damit ich ihn oder sie sogar überreden kann. Ich möchte nicht, dass einer bei meinen Vorträgen rausgeht, als Nicht-Muslim. Weil es ist tatsächlich eine, ich habe das jetzt extra so gravierend gesagt, es ist wirklich eine Sache, wo eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten besteht. Weil der Prophet, a.s.w. sagt, Die Verabredung zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Und wer es verlässt, hat Kufar gemacht. Und Kufar, wenn das genannt wird in der Summe im Koran, ist es manchmal großer Kufar, manchmal kleiner Kufar. Deswegen Imam Shafi, Ahmed und Imam Abu Hanifa und Imam Malik verstehen das als kleinen Kufar. Diese Hadithen. Aber Ahmed Hanifa sagt, das ist großer Kufar mit gemeint. Großer Kufar, der aus der Religion rausbringt. Kleiner Kufar ist eine große Sünde. Ist eine große Sünde, deswegen wird sie Kufar genannt. Heißt nicht, dass es eine kleine Sünde ist. Kleiner Schirk und kleiner Kufar. Es gibt zwei Arten von Kufar und Schirk. Kleiner Kufar und kleiner Schirk. Kleiner Kufar und großer Kufar. Großer Kufar, wer das macht, ja, absichtlich, ohne in viel, also absichtlich, wissentlich, ohne gezwungen zu sein, freiwillig, fliegt aus der Religion raus. Ja? Und das ist ganz klar. Und wie gesagt, das ist eine große Meinungsverschiedenheit mit dem Gebet. Und nicht nur Imam Ahmed ibn Hanba hat gesagt, der ist KfW, auch Ishak ibn Rawai oder Rahouya, je nachdem, wie man das liest, hat es auch gesagt. Andere Gelehrte von damals. Ich glaube, Al-Auzai auch. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber große Gelehrte, deswegen, es gibt da keine Wahl. Man muss sich da durchbeißen. Wenn ich dir sagen würde, wenn du morgen nicht zum Arbeitsabend gehst, um sechs Uhr aufstehst, dann kriegst du dieses oder jenes, dann wirst du auch morgens aufstehen. Jetzt sage ich zu dir, wenn du morgen nicht aufstehst zum Gebet, ja, dann hast du ein Problem am jüngsten Tag. Wallahu alam, es sei denn, du machst Tauwa dafür nachher. Aber so muss man es einfach klar und deutlich sagen. Deswegen bitte, was die Frauen angeht, so sage ich jeder Frau, die hier ist, Schwester, du musst Stärke haben. Lass dich nicht von deiner Gegend unterkriegen. Trage das Kopftuch. Das ist das, was Allah dir befohlen hat. Geh nicht hier raus, ohne dir vorzunehmen, das Kopftuch zu tragen. Egal, wie dich die Leute angucken. Wichtig ist, dass Allah mit dir zufrieden ist. Geh nicht heute hier raus, ohne zu sagen, es ist mir egal, was Hinz und Kunz und Franz und Hans oder wer auch immer über mich denkt oder was die ganze Welt über mich denkt. Ich möchte, dass Allah zufrieden mit mir ist. Sage dir das. Und falls du Zweifel daran hast, so melde dich bei uns, damit wir mit dir reden können. Irgendwie. Du kannst vielleicht was schreiben oder was auch immer. Dann hat sie mir gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eine Abneigung, in die Moschee zu gehen, weil als kleines Kind bin ich immer in die Moschee gekommen, habe nur einen Knüppel bekommen. Lass! Das kann nicht die Methode sein. Deswegen muss man das Wissen vermitteln, was der Prophet, a.s.w. vermittelt. Warum kommen jetzt auf einmal so viele Leute? Warum sind heute so viele Jugendliche hier? Weil die das verstehen, was ich sage. Weil die das verstehen, was ich sage, nicht nur denen mein Baat so gut gefällt. Sondern weil die das verstehen, was ich sage. Und deswegen ist das Wissen der Anfang. Und was ist der Beweis dafür, dass das Wissen der Anfang ist? Der Beweis dafür ist der Koran. Allah sagt im Koran, das erste Wort, was herabgesandt wurde. Der Anfang. Ikra. Lies. Das war das erste Wort, was herabgesandt wurde. Und das deutet bis zum heutigen Tag auf was hin? Dass wir lesen müssen. Dass wir uns beschäftigen müssen. Dass wir über diese Religion Informationen sammeln müssen. Das ist eine ganz klare Aussage. Und jetzt, wenn wir weiter in dieses Wissen reingehen und wenn wir weiter die Koranverse betrachten, was sehen wir dort? Allah sagt im Koran, über diejenigen, die diejenigen sind, die Allah fürchten. Wer sind das? Innamayakhshallaha min ibadihi il ulama. Diejenigen, die Allah fürchten. Sozusagen die einzigen, die Allah fürchten. Oder die, die Allah wahrlich fürchten. Wer sind die? Das sind die, die Wissen haben. Hier wird Ulama genannt. Das sind die, die Wissen haben. Denn du musst deinen Herrn kennen. Schau dir jetzt beispielsweise mal hier diese seltsame Theologin da an. Ja, als dieses Tsunami-Unglück war. Was hat sie gesagt? Also wenn ich Gott am jüngsten, sie meinte, wenn sie Gott am jüngsten Tag begegnen würde, dann könnte der sich warm anziehen. Theologin. Ja, die kennt Gott nicht. Die hat Gott noch nie kennengelernt. Wollen wir hoffen, dass sie das vor dem jüngsten Tag schafft, ihn kennenzulernen und den Islam anzunehmen. Ansonsten wird sie nämlich achtkantig in die Hölle gehen. Fliegen. Oder wie auf den Gesicht dort reingezogen werden. Je nachdem, wie es im Koran beschrieben wird. Das ist, weil sie kennt Allah nicht. Du musst Allah kennen. Und deswegen, der Prophet, a.s.w. war der Gott des fürchtes, weil er Allah am besten kannte.